aber das war so was ich wird wach ich denke oh ich habe sie ja noch am pc gehört ich denke so Lena sitzt noch am pc haben wir nicht schon nach mitternacht guckst du auf die uhr und meine uhr so was hat die noch mal geschrieben so nach dem motto steh auf es ist zeit für bewegung und ich so nie es ist hat von heute morgen 8 uhr oder war ein bisschen ins bett gegangen 10 uhr oder 10 uhr bis vorhin um 9 oder so gepennt keine ahnung oder 10 oder wie viel das war ja ich bin beim bild dieser pack ist es so schlimm was denn er hat einfach für meine nieren anderes outfit genommen jetzt der zeigt ja auch manchmal in der übersicht an der logik ja aber jetzt hat das wirklich gemacht er hat oder gemachte man oder wirklich nur mal umgezogen eben nein nein habe ich nicht ach es ist freddy auch wenn ich dann so schleichen scheiße das ist freddy dann hat er bestimmt ruinen dabei und verteufelten tana vor dienstpünster ich bin direkt neben dem jahr hat immer der verletzt ist vier prozent verlangsamung bei heilung und den ratoren und so ich bin direkt neben dem jahr hat immer ist da noch was dann kaputt machen ach so dass es nie jetzt der hand hat er seid zusammen ich bin hier hinten beim jennen hat der schweck verletzen ne blut schützen ich habe dieses auge drin das war wahrscheinlich weil ich den kinder sehen konnte also ich bin geradeaus von euch aus rechts vom haus bin ich an dem jennen steht was eben das andere an das normale ja ich weiß nicht wenn ich einmal raus bin also wenn ich einmal gehangen hat also er hat auf jeden fall die blut für das ist auch egal ob meine traumwelt ist oder nicht so gut die sieht man ja gut auf dem boden ja die siehst ja immer aber was halt ist bei den paletten die wies hier die richtigen nur noch wenn er raus bist aus der traumwelt nimmst du mit ja ich bin noch nicht mit ihm hier weg wo gehst du hin zu mir ich bin aber genau ja schön dass du deinen blut schützen hinsetzt ich bin nicht in der traumwelt auch scheiße das war ja für ruinen kacke aber dafür bin ich auch raus aus der traumwelt er ist hinten rumgegangen sind jetzt geht er weiter in deine richtung durch macht den weiteren ja wenn er hier noch das stück weg ist ich höre überhaupt nicht mehr ich auch nicht okay es ist ein blutwütze deswegen ich glaube das wirklich nicht also man ist explodiert und dann hat er geblutet aber er ist nicht zu mir gekommen naja das machen die gerne mit dem antäuschen brauchen wir den kurz verpackt dann sind wir beide draußen aus der traumwelt ich würde es nicht machen also der ist so kurz vorm ende würde ich beim neuen dann machen ich finde dieses ruine ist mit sicherheit auf dem auf dem feld irgendwo ach die blut ja die blutpfützen sind dann weg okay er hat sie neu gesetzt woanders aber das kann ja nicht beeinflussen welche er dann weg das könnte ruin gewesen sein ne die letzten kommen halt weg die der die man die dem als erstes gesetzt hat die kommt dann weg da wenn der neue sitzt über 10 das heißt wenn die 11 sitzt dann kommt er läuft übers feld das ist schlecht ich lauf grad zu einem gen ich glaub du bist das ja da hinten ist er nämlich in der ecke irgendwo ich glaub der könnte gleich hier rüber kommen also wenn dann kommt er von hinter dir da da ist er eben her gelaufen ja er ist wieder vorbei mal gucken ob er zu uns rüber kommt oh es ist langsam ja fuck danke aber hier spritzt es auch spritzte es gerade ich will auch fummeln ich will auch fummeln lass mich auch fummeln ja heil du ihn noch heil du ihn noch ne ich kann ihn nicht heil du ihn noch normalerweise hab ich gedacht zu dritt oder ihr steht zu nah aneinander ich weiß es nicht ja kommt zu euch mein ja ja schön wahrscheinlich hätte er dann den perk hat dass man zwei Leute am gen sieht dann ist aber nicht mehr da oder schatz du bist noch da er geht wieder hin oh fuck ah scheiße er hat mich erwischt Mist ok ich bin dran kannst du mal entscheiden ob rechts oder links ja komm ey er hat mich gesehen ich bin in der palette in der palette ich lieg in der palette ja scheiße komm 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 jetzt 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 schnell nein das wäre so geil gewesen ja ich kam gerade nicht da rum ich hab gedacht das wäre von der anderen Seite aber so komisch da aufgehangen worden ne jetzt ist er hinter dir ja natürlich scheiße hier ist ne Piste aufgehangen ich hab ja noch nicht gehangen tschö nicht mehr hm 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 er ist wieder bei mir er kämpft hier ein bisschen was hat er denn da gemacht aber wolltest du ihn holen ja beim heiligischen er ist wieder beim gender hinten denn er wieder hä ach der ist was macht denn da ach der andeckt der dick ja der wartet hier das ist ne Arsch ne der deutet an dass er teleportieren will aber er teleportiert nicht ja super er hat nils gesehen ist er hinterm her ja das wird scheiße also muss ich gleich strugglen ja gehst du schnell hin ja aber ich komm mir grad entgegen ja ne die sind am haus da ja ich seh rennen über rennen machen bogen um aber ich muss packen ja nur es ist grundsätzlich so dass die leute mir entgegen kommen wenn ich irgendjemanden holen will das ist ja das problem und dann sieht er beide weißt du pass auf die blutfitze auf die da hinten ist und hier auch ja jetzt wieder der kommt zu mir oder ja schön nur noch ganz leise jetzt ich setze mich erstmal hier an Chen aber das ist gut der eine hat wenigstens ein Chen gemacht in der zweiten der hat hier also wir sind zu zweit nicht Freddy wir hängen hier direkt im Haken wir hängen hier direkt im Haken benutzen also der hat hier ich hab den den Jen den einen hier immer wieder nochmal angetischt der ist aber nur noch ein Viertel äh aber dann brauchen wir sind echt immer viele Paletten also da aufpassen irgendwie kommt der jetzt wieder in die Ecke hin ah ach scheiße das ist ja da nie ach da hinten bist du ja er ist direkt neben mir mal gucken ich ich hol dich dann der andere ist auf dem Feld fuck einer ist auf dem Feld hier ist zu lauf der holt sich doch vom Haken oh man ey wie nah ja wie nah war der denn der war doch an nem scheiß Jen dahin der war direkt hinter dir nein der war ein Jen eh deswegen guckt man nicht nur noch vorne ach ja ich hit mal nen Tank äh ich hit mal nen Tank genau ne nicht ich hol ich hol ne ne ich wollte nur dass er auf meine Spur kommt so aber scheiße er kommt nicht hinter mir her ne das kannst du holen ich hab noch die Size von Dead Heart und so ne ja und der Bill der macht gar nix irgendwie ach der kommt aber ich hol die Punkte haaa sorry Bill ja toll es geht hier nur um Punkte ihr wollt mich nur farmen ja nein Blutpalette scheiße ich bin grad noch zurückgelaufen aber trotzdem es gibt keine Blutpalette ja äh Blutpalette ja du weißt wie ich meine Blutfütze Blutfütze gibt's du kannst mir nicht entkommen ich werde trotzdem hinter dir her laufen nein ich hab die Bindung ich seh dich sollst du lange schon mal machen ja oder soll ich dich heilen ne du bist ja auch nicht geheilt egal kann man hier links runterspringen ich glaub warte mal schon mal nein du kannst nicht runterspringen du kannst hier nicht runterspringen warte hier ist ne Kiste ja die kannst du auch man durch die andere Tür kannst du gehen hier ist aber ein Fenster hier links also falls du mal raus musst da kommst du zumindest hier weg scheiße oder so oh oh ja werkt sie wie lange oh wie lange für lange sagt die denn das ist ja schön oh scheiße äh da ist er hier war eben auch in dem Sinn wir waren denn eben jetzt nicht mehr da sind wir rum ah hier hin das war nicht nee nee sonst würde ich nicht spritzen lass uns das doch schnell durch machen wir haben ja noch einen Bonus wir sind fast fertig 3 2 1 äh wenn ich jetzt noch den Ausgau finden würde ah hier wo ist denn jetzt was da hinten äh er ist aber auch da glaub ich ja pass auf pass auf geh weg da wenn ihr in der Traumwelt seid pass auf hat der nur 14 gesetzt ich seh die halt nicht der ist gleich hier der ist doch da ne ist nicht mehr ich höre denn ja da oben da oben drauf ist er pass auf ich krieg mit ja scheiße ich könnte ihn nicht ablenken ja ich bin tot weil hier ist nichts mehr auf ey hier sind auch keine Paletten mehr aber du bist auch hier hin okay ich mach das Schrankspiel ich geh zum Bill zum Jen vielleicht kriegst du ja noch Adrenalin der ist sehr weit hier der ist durch NEIN NEIN was ist das denn ich hab zu früh ach nein ja aber der war schon ach so da bist du scheiße ich hätte warten sollen scheiße ja aber er war schon so gut wie durch jetzt da hinten ist übrigens der Ausgang wo du warst ist da Freddy äh aber er hat den Neuen NEIN äh wieso hat er mich gesehen wo ist das andere wo ist der andere Ausgang ja der neben Freddy äh parallel dazu ungefähr ich bin tot ich bin tot den hat er jetzt wohl aufgenommen okay gut dann hab ich das ach du bist tot geht raus geht raus ja ich bin tot ja toll ich steh direkt neben dir ich hab die Hedge lol äh ach der Bill hat den Schüssel genommen ach so ja ja die ist am anderen Ausgang die hält doch ach da ach da ja links ja ich hör sie aber noch links da ist er ja geh raus hä das ist jetzt noch offen ja die hat der andere die hat ja noch nicht zugemacht der andere äh der Killer hat's ja noch nicht zugemacht ne der hat der äh Dings hat's ja aufgemacht dann bin ich draußen dann bleibt sie ja offen ohhhh schade ich hab's aufgenommen scheiße ich bin so doof ah das war doch der Killer jetzt der Fuck oft gesagt hat oder ja ja der ist ne ich hab den die ganze Zeit genervt er hat mich fast das ganze Spiel lang verfolgt ja ja gut wenn er einen tunnelt dann muss er auch davon ausgehen dass derjenige sich eventuell wehren kann stimmt der hat einen pinken Schlüssel dabei gehabt auf wem hat er sich geerdert dass drei entkommen sind aber extra leben äh ich mein gut Adrenalin war weg Decisive hab ich getroffen ja gut in der Tat ja und Bower Time hab ich kein einziges mal benutzt also so 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 Vielen Dank.